Scheiße. Jono gewaskelt. Sie spielen mit einer Kessel, ja. Hier kann man nämlich die Touren gehen und die Tunis hat schon wieder angefangen. Ich kann nämlich ja noch einmal nicht sehen. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Jetzt drehe sie eine Puppet. Darumособ das etwas Ist und hier gibt es. Jetzt kommt die Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Like da. Würde mich sehr freuen. Und falls ihr davon mehr sehen wollt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich hier mal zeichnen soll. Oder zeichnen, ich meine, setzen soll oder malen. Ich weiß nicht genau. Die ganze Reihe lang machen wir sowas. So. Okay, ja. Aber ich denke mal, das sieht relativ gut aus. Oder? So, das ist das Tor. Dann vielleicht hier noch sowas. Dann wieder sowas. Ja, sowas. Und dann immer so weiter. Ich glaube, so drei Stufen kann man das schon machen. Nein. Oh. heute musik hört dass es kommt von draußen also diesmal ist es nicht von mir ich blende dann auch noch mal andere musik in den hintergrund ein ja dann geht es jetzt weiter was kann ich erst mal nicht gehen ich glaube dann geht es erst mal wieder so nein, falsch und das ist falsch ich guck mal, ob es jetzt so ist also, so geht ja, so geht es und da eine Tür so falls ihr es selber spielen wollt das Spiel heißt Castle Blocks ist kostenlos und ich spiele das Ganze hier auf Samsung geht auch für IOS iPhone Samsung ich spiele hier auf dem Samsung Samsung Tablet so kann ich noch irgendwas auf Haus ja, ich was ist das so geht es natürlich auch dann hier noch so eine Fenster nein, das kann ja bleiben der kommt weg so so müsste es eigentlich sein so dann sage ich mal wie die drei nee 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 ich habe noch was wichtiges vergessen nämlich den Draug nicht hoch zu stellen das ist das allerwichtigste ich mache mal in die Mitte kann man so relativ nennen falls ihr mehr davon sehen wollt schreibt es in die Kommentare dann sage ich wie immer 3 2 1 ciao Leute hi Leute was geht wir spielen heute mal Traktor Simulator 15 ich hoffe ihr könnt wenigstens ein bisschen erkennen ich nehme das hier mit Tablet Kamera auf also dafür kann ich nichts und ja wir nehmen das ganze hier erstmal 10 Minuten auf wenn es euch gefällt da also wenn ihr mehr davon sehen wollt lasst ein Like da sprengt den Abo-Button und das legt gerade ich mache dann gleich wieder ähm los wenn es fertig geladen hat also bis gleich ja da bin ich auch schon wieder äh so jetzt so jetzt let's run wieder aber die kleinen Sekunden können wir auch warten so ich hoffe ihr kennt ein bisschen was ist home inter Ich gehe einfach mal auf den Ding. Nein, ich gehe mal auf den Normal. Ich gehe da hin. Es geht. Ich gebe das noch mal bis gleich. 20 Minuten später. So, ja da bin ich wieder. Und jetzt geht es los. Jo. Ich soll da einsteigen. Es tut mir leid, wenn ihr ihn nicht so gut sehen könnt. Ähm. Achso. Wie fährt man das jetzt runter? Ja, lol. Ähm. Soll man da einfach langfahren? Nö. Nö, jetzt habe ich es ja wieder nicht dran. Warte, ich gehe nochmal rein. Ich koppel das Ding an. Nein. So fährt man das Teil raus. Geht gut, Leute. Ähm. Und... ... ... ...